Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Anettes Blick aufs Leben. So schön, dass Du da bist. Ich bedanke mich von Herzen für Dein Zuhören, Teilen und Liken. Lass uns gemeinsam auf die Energien im Juli 2023 schauen, auf meine astrologischen Schwerpunkte. Nachlesen und downloaden kannst Du alles wie gewohnt auf meinem Blog. Los geht's! Wir werden jetzt immer mehr Planeten in Rückläufigkeit erleben. Neben Pluto und Saturn beginnt Neptun am 1. Juli rückwärts zu drehen. Venus folgt dann am 23.7., Chiron am 24.7., Merkur und Uranus dann im August. Je mehr Planeten rückwärts gerichtet sind, desto weniger geht es um neue Wege, sondern darum innezuhalten, das Bestehende zu klären und auszusortieren. Es ist eine Phase der Klärung des innerlichen wie äußerlichen Aufräumens in unserem persönlichen Leben und auf der Weltenbühne. Das wird auch dadurch unterstrichen, dass Pluto jetzt wieder für einige Monate durch das Zeichen Steinbock wandert, einige Führungspositionen, Steinbock-Energie, werden tiefgreifend gewandelt und mit Sicherheit anders besetzt werden. Pluto. Pluto in Steinbock. Habe ich in dem Podcast mit Hashtag 46 näher beleuchtet. Dort kannst du es nochmal ausführlicher nachhören, was es wirklich in der Tiefe bedeutet, dass Pluto jetzt für einige Zeit wieder durch das Zeichen Steinbock wandern wird. In der Beschreibung verlinke ich dir diese spezielle Folge dann natürlich. In der ersten Juli-Woche wird noch spürbar sein, was sich in der zweiten Juni-Hälfte energetisch aufgebaut hatte. Und zwar geht es um das Zusammentreffen von Venus, Mars, Lilith, das Ganze im Zeichen Löwe und in Spannung zu Uranus im Stier. Das ist auf der einen Seite eine fantastische Zeit, um persönliche Ziele, Mars, absolut unerschrocken Lilith, mit Liebe, Venus und voller Herzblut und Freude in der Löwe-Energie anzugehen. Das Leben in vollen Zügen auskosten zu wollen. Durch die Spannung mit Uranus baut sich allerdings viel Unruhe und Hitzigkeit auf. Nicht nur temperaturtechnisch, sondern wirklich auch in uns, in vielen Menschen. Was unter Umständen auch zu Kurzschlussreaktionen führen kann. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie du deine Mitte aufrecht erhältst und wiederherstellen kannst. Und wie du Ruhe bewahrst, auch wenn andere um dich herum flippen sollten. Ich weiß, das habe ich schon öfters erwähnt, aber ich werde es auch noch tun, weil wir wirklich in der zweiten Jahreshälfte einfach sehr viel Energie haben, die genau in Richtung Unruhe und aufbrausend und sehr temperamentvoll geht. Und da ist es einfach wichtig, sich immer wieder zu erden, immer wieder in die eigene Mitte zu finden. Energien, die wir vielleicht aufgenommen haben von anderen, wieder abzugeben, wieder abfließen zu lassen. Und wirklich wieder in deine Mitte zu kommen, deine Ruhe, deine Zentrierung wahrzunehmen. Sport oder Kunst als Ausdrucksform wären dazu sehr geeignet bei dieser besonderen Löwe-Betonung jetzt im Juli. Am 15.07. ist übrigens der Startschuss für meinen Online-Kurs Astrologische Kernthemen. Da wirst du ganzheitlich lernen, wenn du das möchtest, die Bestimmung, die Seelenessenz eines Menschen und so viel mehr erkennen zu können. Und du wirst Schritt für Schritt noch mehr bei dir selbst ankommen durch Heilmeditationen und kreatives Gestalten unter anderem. Ja, wenn ich das interessieren sollte, mehr dazu findest du auf meinem Blog bei der Kategorie Akademie unter blog.annette-hengst.com Ja, der Neumond im Juli, der hat es aber mal wirklich in sich. Der Neumond im Krebs am 17. Juli wird ein ganz außergewöhnlicher sein. Da steckt so viel Energy drin und wirklich ein astrologisches Highlight von 2023. Sonne und Mond befinden sich am Neumondtag in weiter Opposition zu Pluto. Also hier werden auch wieder die Pluto-Themen berührt. Alles Interessante zu Pluto, dem Herrn der Unterwelt, wie gesagt, in Hashtag 46, verlinke ich dir auch nochmal. Zudem haben wir eine Opposition von Mars, der zu dem Zeitpunkt mittlerweile im Zeichen Jungfrau wandert und Saturn in den Fischen. Also Mars und Saturn werden sich gegenüberstehen. Mars ist bildlich gesprochen das Gaspedal und Saturn die Bremse. Da werden die eigenen Bestrebungen und Wünsche, Marsenergie, durch den Prüfer Saturn verlangsamt begrenzt. Wir werden eingeladen, unsere Motive und Ziele zu überprüfen. Vielleicht fühlst du dich dabei ausgebremst, frustriert oder wütend. Ich weiß noch gut, wie schnell ich genervt war, wenn ich mich als Kind wirklich auf etwas gefreut hatte. Zum Beispiel, wenn es hieß, ich habe das wirklich noch in Erinnerung, wir fahren neue Schuhe kaufen und dann hatte das Geschäft aber geschlossen. Also in solchen Momenten werden wir echt geschult. Und wenn es nur darum geht, geduldiger zu werden und zu lernen, dass es für alles den richtigen Zeitpunkt gibt. Kennst du das? Zum Neumond bildet Uranus, das ist ja auch die Sprengkraft, die Energie der Veränderung, noch ein Quadrat zu Lilith, die von vielen Astrologen der Krebsenergie und damit Mutter Erde zugeordnet wird. Also gut möglich, dass es zu weiteren Naturgewalten kommen wird um den Neumond herum. Kannst du spüren, welche Energien sich hier aufbauen? Tja, und jetzt ein großes Highlight von 2023 aus astrologischer Sicht, also im Sinne von wirklich großer Bedeutung. Denn gleichzeitig wird der laufende Mondknoten spätabends am Neumondtag am 17. Juli vom Zeichen Stier in das Zeichen Widder wandern. Widder gehört ja zum Planet Mars und wir sind 2023 astrologisch betrachtet im Marsjahr und tauchen nun mit dem Mondknoten ein in die Widderenergie, die damit noch mehr in den Fokus gerückt wird. Auch das Teil der Neumondenergie im Juli, wow, da passiert so viel energetisch, da kommt so viel Speed auf. Der Mondknoten ist als Achse beschreibbar. Der aufsteigende Mondknoten zeigt an, wo wir uns als Menschheit weiterentwickeln dürfen. Und der absteigende, was wir verabschieden dürfen. Die Achse Stier-Skorpion verschiebt sich nun also in Richtung Widder-Wage. Der Fokus wird dann also auf die Widderenergie gerichtet sein für circa anderthalb Jahre. Der Mondknoten ist ja immer circa anderthalb Jahre in einem Zeichen und braucht 18,5 Jahre, bis er wieder am gleichen Platz zurück ist. Das heißt also, vor circa 18,5 Jahren, genauer gesagt am 26. Dezember 2004, betrat der laufende Mondknoten das letzte Mal das feurige, dynamische, auf Selbstbehauptung ausgerichtete und durchaus kriegerische Widderzeichen. Was war damals in deinem Leben? Roundabout 26. Dezember 2004, also bei dem Übergang von Ende 2004, Anfang 2005. In welchem Lebensbereich hast du den letzten Grad im Zeichen Witter in deinem Horoskop? Genau da wird dieser Shift jetzt wieder stattfinden. Diese Mondknotenbewegung ist ein astrologisches Highlight im 2023, das ich bereits zur Jahresvorschau in der Episode der Hashtag 40 erwähnt hatte. Diesen besonderen Shift werde ich im Juli nochmal einen eigenen Beitrag widmen und dann noch genauer darauf eingehen, was es in der Tiefe bedeutet, dass wir jetzt den Fokus auf die Widderenergie bekommen. Nicht zuletzt, weil der karmische Mondknoten in den letzten Widdergraden auch noch grad genau eine Spannung zu Pluto, also zu dieser stark transformatorischen Kraft, bilden wird, die von der Sonne um den 21. Juli herum auch noch aufgeladen aktiviert wird. Also diese Spannung von Mondknoten und Pluto ist ja schon im Feld und wird jetzt im Juli grad genau und dann auch noch durch die Sonne aktiviert, ausgelöst, wie wir da auch sagen. Das sind wirklich mächtige, große Energien tiefer Wandlungsphasen im Feld, gerade jetzt zum Monat Juli. So, das waren meine astrologischen Schwerpunkte für den Monat Juli. Gib mir doch gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, wenn es dir gefallen hat. Dankeschön, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.